Freut euch, das Christkind kommt bald. Am 24. Dezember lud man Familien mit Kindern ab 14 Uhr auf den Hauptplatz Bonsdorf zur Kinderbescherung. Es gibt Glühmust für die Erwachsenen und Wunsch für die Kinder. Gemeinderat Siegfried Krangl und Bürgermeister Gernot Lobning mischten sich unter die Bürger. Karl Bär biegt mit seinen zwei Haflingern vor das Gemeindehaus ein. Auf seinem Kutschenbock begleiten ihn zwei hübsche Christkindl. Ernst Reinwald, der ehemalige Lehrer und Schulforsteher von Vonsdorf, rückte Christkindl ins rechte Licht. Vonsdorf, der ehemalige Lehrer und Schulforsteher von Vonsdorf, rückte Christkindl. Musik Kaipfer-Vonsdorf, rückte Christkindl. Dürfen, rückte Christkindl. Musik 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 Schaut dem Treiben ihres Gatten gelassen zu. Musik Es waren viele Kinder, die sich auf das Sackerl mit Süssigkeiten vom Christkind freuten. Musik Die Eisdiele am Hauptplatz, Il Gelato, schenkte Glühmost aus. Der jedoch war nicht gratis. Musik 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 Musik